So, die Aufnahme ist jetzt auch wieder gestartet. A kommt Smoke. Einer verschiebt bitte in die Mitte. 3 auf A. Nur noch 2 jetzt. Schiebt ganz schnell rüber. Einer ist gelb. Es war keiner von uns Ypsilon? Auch Red oben. Ich war glaube ich der Einzige der auf Spot war. Einer hat einen Fall, du stehst vorne nicht, wenn ich schließe. Ja, Main-Step. Steps in Main, ja. Zwei Stück. Bombe ist A Main. Einer ist squeaky. Tor, Tor, Tor. Ja, der Vorclip ist schon durch, scheiße. Ist alleine. Noch einer, ich hab den Bombenplan für ihn drin. Einer ist von Spot. Red. Einer oben? Booster? Was? Nein, hier ist niemand. B ist noch einer. Einer, warte. Mitte Flasht. Mitte raus, einer. Warte, die Mann mit B. Bleib schön auf Mitte und auf A. Es ist nur einer hier bei mir. A kommt. A kommt, kurz auf. Doorroom. Highway oben, hat mehrere Hits. Wo es da auch noch. Yellow ist. Ich bin Highway. Ja, echt. Boah. Wuhu. Zwei Manns Face, ey. Und dann auch noch mit ner AK, ne? Das war doch, hey, mit ner AK-Handshot, oder was war das? Ich glaub schon, ja. Ins Ohr. Ich hab Band aufgemacht. Vorsicht Orange, geh nicht so weit vor. Lass sie lieber kommen. Also warte da am besten, genau. Ja, ich bin vorne. Die Runde dürfen wir nicht abgeben. Auf keinen Fall. Flasch. Ich würd gerne in den Main rein, die Coiner dann mal reingucken. Soll ich mal machen? Nee. 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 Ja, da ist einer, eh, Main. Mindestens mal zwei, drei VB. Minimum einer in Main. Ja er hat mich jetzt gesehen. Ist wieder zurück, okay. Door ist open. Schön. Die in Squicky ist nach wie vor einer. Main, vor Main und Mitte. Ja ist wieder zurück, Squicky ist wieder rechts weg gerannt, schade. B kommt Smoke mit Bombe mit Jetzt Richtung B glaube ich Ja B Smoke auf A Mollethoff auf B Ja B kommt Seven Fado kann schieben Ja ich schieben B ist noch einer B ist noch einer B ist noch einer Macht langsam macht langsam nur noch einer macht ultra langsam B letzter hat low Vor B oder auf B Ja Vendrum oder so kann er jetzt sein Irgendwo da Dann molle ich hier einfach mal runter Und warte ab Hat auch was auch Was mit was Chill 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 Dann geht er safe Fash in T spawn Dead aber low Ja Hatte ich keine Zeit mehr No time Lass euch nicht gehen Ich bin dead low Dead low Mitte smoke Jo smoke du Ich hab keine smoke Ich hab Ich hätte jetzt reingemollet Erstmal Dann geht defmitte Ge defmitte Lauf ich Richtig Ich rotiere Ich hau meine decoy raus Oh ich bin geflasht Passt gut auf Guckst du weiter main Orange Da guck ich mal highway Nee ich guck kein main Highway highway 2 2 2 3 Oh my god Ich flash Achtung Nein aber jetzt main auch Fuck Mindestens noch eine highway Und bei main war auch noch irgendwas Nein es geht ein bisschen auseinander Vielleicht verschieben wir sie jetzt auf B A ist frei Kurz Connector noch Connector Kurzes durch Kurzes durch Rekmento Ja Die Onsport hinten in der Ecke liegt die Bombe gleich Einer war noch mittel Bombe liegt hinten in der Ecke links Da ist auch noch der letzte Spieler Der die gelegt hat Der vorletzte Ja ganz hinten im Ecke Geht am besten zu zweit hier durch Genau Schieber geht Onsport Und Geforce nach links Hinter uns Unter Unter Alle tot Ich gehe wieder Mitte dann Okay nice Ja genau wir müssen ultra auf den Rush jetzt aufpassen Ich werde direkt einen Molly in Main reinschmeißen VB Deagle Spielen Deagle Einer push dich Einer VB Nice down Nice Bombe down incoming Noch einer noch einer Ventroom 2 B B B B B B Ventroom drin Is down Sehr schön Nice Also ich habe ja das für Molly rein genau Zack Oben Booster Nice Is down VB nicht Blau du kannst ein Main ist was Oh die trifft mich voll Scheiße Geha 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 Ja Verschiebe mal einer bitte Mitte Gelb Ich smoke Main Nice Schieber Tür ist offen Tür ist zu Okay nice Wie leid du bist so offen Ich bin Highway wieder Ich meine Forklift sorry Forklift Main ist knapp oder nicht Main ist irgendwas Tür ist offen Der gibt den Main Adder Olaf ist echt stabil Ja Mein hat jetzt Naja die gehen zurück Oh und Mitte Ja die haben uns verarscht Die bleiben A Tommy wo bist du denn Die spielen eigentlich nur A an ne Irgendwann schon ja Mitte ist wohl was Mitte Oh mein Gott Der hat gefressen Der hat gefressen Der auf Mitte Füße nicht die Keiner vorflip Kann einer legen Shit nein Nein Scheiße Nein Schi Ich hab hier Tray your Orbs Ja Ja das ist halt Mit der Smoke L zu A L zu B Allein Sehr gut sehr gut Sieht gut aus Die Orbs lohnen sich jetzt schon Nice Ich weiß noch ob es ist Ja ich brand ab Ja ich Schön Ich schau da Steva Ich schau da Spiel schön defensiv VB Flash VB Smoke Ich denke das sie jetzt verschieben Die Flash schmeißen sie von weiter weg B kommt Ich hab die Bombe 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 down Nice Ich verschiebe jetzt Ich auch Ich dachte kurz Als wenn es direkt neben uns wäre Pam Bei uns Main Steps Verschiebe auf K Verschiebe Low Minimum zwei Leute Ich flash nochmal rein Tür ist auch offen Ich smoke jetzt die Tür Hast du nicht flashed weit rein Tür ist gesmoked Tür Hab ich Oder hast du Tür Ja ich mach ab Tür Kann jemand vielleicht reinflashen in Main Ah ok Tür ist weg Sorry die Flash konnte ich jetzt nicht nutzen Nein Zu langsam Einer Tür noch down Sehr gut Zwei noch kommt Ich bin zwar low HP aber Mach mal easy Mitte Nice Eine Eine Ich denke Ich denke der ist in Main Oder Da kam gerade noch ein Molly geflogen Ja der war noch in Main Der ist hinten Main Ausgang Was Ich verstecke mich auf Mitte Ich verstecke mich auf Mitte Mach du Mitte wir machen Main Ja er ist low Er ist ganz low Er ist ganz low 3-4 AK jetzt mindestens Okay Main Oh Booster AK Oh jetzt der gerade rüber Ich hab down Sehr gut Nice Ist Booster down Digga Ja ja Mitte noch Oh ne ich hab geschielt Ich weiß nicht wohin ist Link oder rechts Ich kann es nicht sagen Ich flash mal rein und guck was da abgeht Oh mein Gott er steht in Main oben auf dem Scheiß drauf Wie ist denn er durch Ah er war gesmoked Verschiebst Ich verschieb doch mit dem Plastik Ja aber er stand da nur rum Also er kam jetzt nicht Ah Main Stepped Also einer sollte auf jeden Fall auf A kommen Ja Fuck das mach ich nicht wieder Oh schade Schade GeForce Je lol Einer eben von den Door und Door Ich hab Main Ah Main könnte noch einer kommen War Mitte nicht eben was War Mitte nicht eben was Ne war hinten am Main Ah Main und Door Du hast Main ich hab Door Ich hab eine Hände Ja ich hab Door Vorsicht die kommen bei dir Ja bitte Der B ist schon drin im Event Also ihr könnt schieben Boah die haben so wenig Zeit Schizzle Na die müssen jetzt pressen auf jeden Fall Vielleicht pusht ihr einfach beide gleich drauf Wenn ihr kurz sondiert habt Vor allem wenn Schieber mal links geguckt hat Ob da was ist genau Ich würd mal sagen anders wenn es so Jaaah Scheiße Oh Schade Kommt der doch nicht Ja natürlich Ender Squeaky Verdammte Kacke Kann er nicht auch so machen Ich glaub ich brauch Hilfe bei A Bei Main ist glaub ich was drin Ich kann nicht vorbei Ja Main kommen ultra viele Steps Hardcore rein Shit ich bin flasht War ich Nichts vor B Starroom ist Bomb ist down A Sicher Einer Mitte ganz slow Ja warte Na fuck immer noch im Squeaky drin Scheiße Bomb ist down Main und Squeaky ist noch einer Macht langsam ihr habt das locker Lol was ist das Ah nein hintenrum Nice Nur noch zwei Ah Main Ist noch einer Squeaky oder sind beide Main Das weiß ich nicht Achtung Flash Main rein Es sind noch Oh ja Main kam eine Flash raus Eine Mitte Highway 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 letzter Er hat eine AWP und aimed Irgendwohin Von Highway Bleibt einfach dort Er hat eine AWP Ich zeig euch am besten nicht warum wir es eh bei euch down Ne Irgendwie Komm zurück 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 No one Nein Wow Shiba wir haben ziemlich viel gesehen Ja Läuft was Nein Ja 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 Läuft was Nein A push Die kommen Drei Stück Oh die sind schon ab Ich brauche Hilfe Ja Da ist eine AWP Das ist eine AWP B Achso Gehst du hoch Gehst du hoch Gehst du hoch Oh mein AK und ABB Oh mein Gott ich habe es gesehen Nein Smoke Auf Da wird er Stapler ist Low Stapler ist Low Kannst du backnaden Main kommt noch mehr raus Oh die Flasher war keiner mit zu Die Blende Ja Einer stapler Ultra Low Ich brauche Backup von Einer Start Einer Main Oh nein Eide Y Ich hab' die Lauf. Dropping fire. Kriegt mit im Lauf. Nice. Nice. Schaffst du nicht. Du hast kein Kit. Schaffst du nicht. Oh Gott. Schade, nice try. CT. Schöne volle Pulle durch. CT hat, glaub ich, gefressen. Alle drauf, alle drauf. Endshot down. Habt ihr gelegt? Nein, noch nicht. Okay, nice. Vent ist noch einer. Ich werd von CT durch die Smoke. Wtf. Macht langsam, wir sind einer mehr. Einer ist direkt vor dem Spot. Rennt da rum, einfach davor. An Rampe, Rampe, Rampe. Hallo, was kommt hier? Scheiße, scheiße. Oh oh. On-Spot einer. Jan, noch Kopf. Ja, gut bei ihm. Aim for dich set. Nice. Boah, schön. Hier lag doch ein Attack, Mann. Ich bin zurückgegangen, wollte ein Attack aufheben und hab einfach mal ne scheiß USP in der Hand. Wtf. Ich war voll schockiert. Dann sollten wir uns aber irgendwann sammeln, oder? Und dann voll zusammen zu 5 irgendwo drauf. Ja, gucken ob irgendwo ein Entry gemütlich bekam. Okay. Heaven stand. Ich guck mal kurz, ob ich hier bei Forklift das packen bekam. Heaven down. Forklift hab ich keinen gesehen. On-Spot 2. On-Spot 2. Nice, nice, lass auf B gehen, lass auf B gehen. Back, 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 back. Back, back, back. Noch 2. 2. 1, 2. Nein, lass auf A gehen. Ah, 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 ah. 3, B. Okay, let's go A. 1er low. Oh, white K1er. Hat aber schon Molly gefressen und ne Nate auch noch. 1er low. Ah, der pusht. Seil, seil, seil. Oh, sorry. Scheiße, man. Nein, Catwalk. Oh, Gott. Im Quad liegt der. Ne, ne, ne. Ne, ne. Blitzer war mit. Ja, der kommt bestimmt von hinten. Ich komm mal zu dir auf den Spot. Okay, chill, chill, chill. Ich bin ein bisschen ungefrackt. Arsch, bei dir liegt ne. Hat meine AK. Nice. Hat meine AK. Ja, Mitte drückt, glaub ich einer. Ja, Mitte, 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 push. Oh, mein Gott. Ach, du Scheiße. Fängt sie weg. Nice. Nur noch einer. Ihr könnt jetzt die Bombe holen und schön auf A gehen. Ich würd da bei Squeaky oder so gehen, anstatt aggressiv an D ranzugehen. Nachher macht er noch nen Lucky. Okay. Loll. Was macht er nachher? Nachher kriegt er noch Lucky in die Fresse. Mit No Scope, sagst du? Ja, mit No Scope auf jeden Fall. Ja, White Fox. Nice. White Fox. Nice. Catwalk is down. Schön, dann geht. Geht, geht, geht. Leute, dann... Okay, nur noch zwei. Wir könnten auch... Ja. Wir könnten auch jetzt einfach auf B gehen. Alle zusammen. Ah, ihr habt ja B gesäubert. Nice. Let's go B. Ja, will ich freuen. Like a PP. Oh. Der liegt in der Weile, das Magazin. Ist er? Ah, oben. Oh, ja, oben. Ich versteck mich im Sunroom. Ihr habt das ja im Griff, ne? Oh, ich bin ein bisschen Low HP. Ich muss mich mal ein bisschen... ...machziehen. Blö. Ist Dabdi's blö. Das ist super. Das Acker rollen. Flaschen Squickey. Ich bin mir sicher, dass Squickey einer drin ist. Nicht. Ich denke, dass... das Wallen wahrscheinlich jetzt gerade beim Forklift sitzt. Ich habe ihn vorhin geklatscht. Da will er mich jetzt bestimmt umhauen. Ich hab nichts. Ja, Forklift steht da. War die das? Wir sind zurück auf kurz. Wir sind zurück auf kurz. Okay, bist du gerade durch? Schön. Wo ist der? Hinten am Eck, rechts. Alles auf da. A ist, A ist clear. Equipmenten. Der B glaube ich auch. Wir haben A nicht. Wir haben A nicht. Pass mal da oben. Pass auf, ob da oben was drin ist. Auf dem Boost. Nee, Boost sieht frei aus. Jetzt ist der B. Okay. Die Mademoiselle Lampe ist das. Ja, die Lampe. Die macht euch jetzt fertig. Die schon wartet. Oh. Oh, Schmitte. Ich guck jetzt. Vielleicht drücken wir uns auf B. Oh, Schmitte. Oh, Schmitte. Links mit A. Okay, das könnte ein bisschen eklig werden. Da. Einer furcht mit. Oh mein Gott. War das kein Headshot? Einer ist ein Vogel, der ist auf B. Nee, ich sitze halt immer noch da. Der Stabile. Stabil. Der ist wirklich stabil, ne? So, jetzt brauche ich noch mal einen Boost. Der Mitte. LOL, er geht mir durch die Wand. LOL. Ich habe ihn nicht gesehen, ey. Kannst du nicht mal auspusten? Mitte. Ich werde hier auch durch die Wand gerade penetriert. Ich muss warten. Die rasten hier gerade richtig aus auf A, ne? Die haben alles durchlöchert. Squeaky. Hier wird gesmoked. Der Endluck. Ich habe doch geschossen. Nein, einer. Klapp. Hit. Scheiße. 2 auf A. Ah, schade. War nicht blind? Wir können auch auf die Smoke warten, bis die... Ah, okay. Ja, durch, 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 durch. Ben. Weiter, 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 weiter. Ben. Ich gebe der Bomber auf B drauf. Ist B free? Äh, free. Ich blende hinten in den Spot hier, wo sie... Killerspot ist geplantet. Einer ist Highway mit Orb. Einer Wind. Chill, chill, chill. Schaffen sie eh nicht mehr. Schaffen sie eh nicht mehr. Ben drum down. Die haben mitte komisch gesmoked. Die wurden... Die haben glaube ich reingefuscht. Ja, einer war kurz. Ich gehe squeaky durch. Guck, guck das... Ja, alles cool. Läuft. Kurz Whitebox sitzt. Leute, pass auf. Ich schaue jetzt gleich Forklift. Wenn Orange wieder bei mir wärst, schaue ich auf und schaue Forklift. Ja, warte, warte, warte. Ich muss jetzt mal Main checken. 3, 2, 1. Ja. Forklift einer. Forklift ist jemand. Hat aber gefressen. Lebt noch, lebt noch. Leute, Leute. Einer von uns drauf. Auf, da müssen wir drauf. Geht drauf. Geht drauf. Geht drauf. Geht drauf. Geht drauf. Dann pushen die aber auch, Alter. Die so Silber. Ja. Wir waren nicht drauf. Das war schon ein Fail. Wir waren nicht drauf. Sascha boost mal hoch, bitte. Komm. Glaube ist du du... Ah, ok. Geht das OP drauf. Ich gehe durch, ich gehe durch, ich gehe durch. Ich hoffe, un-spot ist kleiner. Un-spot ist kleiner. Un-spot ist kleiner. Ah, but fuck. Headshot oder so. Ich brauche noch einen Moment, bis ich da bin. Ja, wahrscheinlich steht der da links. Der saß die ganze Zeit in Molly? Oh, komm. Ja, ja. Wir haben noch Zeit. Smog da. Flash, Flash, Flash in Main. Smog da? Müsste da sein, ja. Aber die Smog noch abwarten, bis die hier weg ist. Die andere bleibt eh noch länger liegen. Ok, let's go, let's go, let's go. Raus, raus, raus. Start da. Ja, man, einer Seite. In der Ecke. In der Ecke. Oh, fuck. Fuck, what? Da sind wir genau hintereinander. Lol. Ich will mal sagen, wir spielen das ruhig, Runde. Freik, muss ich noch mal einer, bitte. Wir müssen gucken, wo wir die First Strikes kriegen. Die Smog mit denen. Nice, wo ist der First Strike, B? Jetzt sagen wir direkt drauf. Auf B und B helfen ist auch noch einer. Ok. Mitte. Glau, ich komme mal zu dir auf B. 2 Mitte, 2 Mitte. Ne, ich will nicht mehr B. Die haben Molly geschmissen und werden jetzt da... Sammeln. Ok. Einer ist bei Forklift mit auf. Beziehungsweise bei Highway. Ja, einer ist vorne gepusht. Liegt die Smoke schon hier für AWP? Ja. Ja, liegt. Nice. Ich molly Onspot und jetzt gehen wir drauf. Let's go. Komm raus, 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 raus. Einer ist noch direkt bei roter Container. Einer low mit der Connector. Ich gehe Onspot zum... Ja, der ist immer noch. Onspot. Ich brauche Hilfe auf AWP. Ich blende, ich blende für Main. Könnt ihr Whitecar gucken schnell? Ich blende für Main. Alles klar, ist geplant. Man, Jan geht Main. Ach so, Scheiße, jetzt bin ich, sorry. Mann! Der Nektar low. Chill, grün, chill, chill, chill. Bomb ist für dich gelegt. Einer ganz low. Einer wird first kommen und einer wird... Und ich clasht. Da stoppt einer. Bleib doch in der Main, oder? Er ist oben auf dem Geländer. Ich habe ihn nicht gesehen. Ist wieder runtergesprungen. Ist jetzt Highway. Spielt auf Zeit. First. Der ist bei Forklift. Stapler links. Nice. Ich habe die Bombe abgelegt, den Squeaky. Ja, alles gut. Ja. Stolze. Gut B pushen. Whitebox einer. Einer ist auf A mit AWP, glaube ich. Hinten bei MBK. Whitebox hast du, okay. Einer bei Highway oder Forklift. Raus. Whitebox. Oh, fuck. Einer Highway, Einer Forklift. Warte, Smoke, Whitebox ab. Scheiße. Oh, und noch. Da sind drei auf A. Lass lieber B gehen. Ja. Ich krieg die Bombe. Wir gehen Richtung B. Nice. Jawohl, ihr könnt schön gemütlich planten. Läuft. Ich werde bei Sunroom direkt stehen. Einer von uns rennt. Passt auf. Ja, Wend muss einer rein. Krühen gehst du, okay Wend? Wend rum kommt einer. Der ist links, Wend. Ja, jetzt war die Kampfsrichter. Ja, die Kampfsrichter. Okay, auf. Ah, alle A. Kommt nicht die Bombe. A ist Clear. A ist Clear komplett. Ja, die Kampfsrichter. Oh, danke für die Säure. Du kannst für Main legen, genau. Karte auch um. Ah, kurz durch. Main kommt was? Achtung, Gap, sorry, Nate. A ist weg, ist weg. Whitebox. Wien auf. Wiki! Wiki. Wiki. Macht langsam. Und Main. Main. Main arm vielleicht. Ist hier vorkläft jemand? Nein, nein, nein. Nur ruhig, nur ruhig. Fuck. Ah, ich hab keine Smoke, alles klar. Da noch ein Ben drin. Ich muss gerade meine Glock wieder abholen. Die Whitebox jetzt. Zwei Mitte. AWP boost, äh, AWP, ähm, Z-Gang. Mitte kommt, glaub. Oder? Ich bin Mitte grad durchgerannt. Ich glaube, wir sollten auf A gehen. Außer die Mates holen jetzt gleich was. Ich bleib mal kurz mit der Bombe ziemlich mittig stehen. Nee, oder? Headshot dran. Headshot. Headshot und Onside. Lass uns auf A gehen. Mach dir mal A, dann rotieren die hin. Jo. Einer Red. Nein, Red hat Hit. Ich müsste eigentlich Hit haben in der Red. Ähm. Oh, nein. Alter, jetzt gibt's noch den Kürbelstamm. Kürbelstamm. Und den Kürbelstammel, bisschen an história.